Die Höhle der Löwen, eine neue Reality-Show auf VOX, eine sogenannte Unternehmershow oder sagen wir Start-up-Sendung, also Unternehmensgründungssendung könnte man sagen. Kurz gefasst geht es in der Sendung darum, dass Start-ups, also junge Unternehmen oder junge Unternehmer eine Geldspritze suchen. Und diese wollen sie, weil sie wahrscheinlich woanders nicht bekommen, von diesem Format ergattern. Deswegen stellen sie ihr Unternehmen oder ihre Idee vor und hoffen, dass die sogenannten Löwen, also die Geldgeber, auf das Ganze einsteigen und sagen, hey, das ist eine gute, gute Unternehmensidee, das finanziere ich. Da natürlich bei solch einem Format verschiedenste Ideen präsentiert werden, von Kleidung über Essen bis irgendwelche Werkzeuge oder was auch immer. Es ist wirklich alles vorstellbar bzw. alles mögliche, was hier vorgestellt wird. Also bräuchte man eigentlich ja Financiers, die sich wirklich mit einem breiten Spektrum auskennen und wirklich von unterschiedlichen Materien Ahnung haben. Ist hier aber nicht der Fall. Die sogenannten Löwen, also die Financiers, die Geldgeber sind Judith Williams, das ist diese Kosmetik-Beauty-Klamotten-Olle, die man vom TV, von dem Verkaufs-TV kennt. Dann Jochen Schweitzer, dieser, ich sag mal, Erlebnisgeschenke, Erlebnis-Touristik-Typ, kommt ja oft genug im Fernsehen irgendwelche Werbung, also was weiß ich, von Bungee-Jumping bis Candle-Light-Dinner, Millionen verschiedene Sachen, sag ich jetzt mal. Also ein Touristik-Vogel. Dann der Oega-Tours-Typ, also nochmal so ein Urlaubs-Fritze bzw. Touristik-Fritze. Dann Lenke, ich glaube ich spreche das nicht richtig aus, oder? Lenke-Wischhosen. Ist auch egal, wie die heißt, jedenfalls ist das eine relativ junge Geschäftsführerin, die, ja ja, sagen wir mal, beziehungsweise was heißt sagen wir, die leitet einen Betrieb mit etwa 50 Mitarbeitern und die stellen Verpackungen her. Tja, und der nächste ist noch Frank Theele, oder wie der richtig heißt, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, man kann die ja nicht alle kennen. Der stellt Software her bzw. ist ein Software-Unternehmer, hat auch eigene Software-Projekte und, ja, lustigerweise sozusagen sein eigenes Projekt, mit dem er durchgestartet ist sozusagen, das wurde eingestellt, weil die Software eigentlich niemanden interessiert hat, niemand wollte die Software, war zu kompliziert und bla bla bla. Ja, jedenfalls ist er sozusagen im Endeffekt, ja, ist so jemand denn ein, ja, jemand der wirklich einschätzen kann, ob jetzt Unternehmen, die, ich sag jetzt mal Tomatensauce herstellen, ob die damit Erfolg haben können? Zwei Touristikleute, können die einschätzen, wie ein Möbelstück sich verkaufen lässt oder kann eine Verpackungsherstellerin wirklich bewerten, wie Sicherheitstechnik am Auto sich verkaufen lässt? Kann die das einschätzen oder kann eine Touristikolle bzw. Fernsehverkaufsolle, ja, meinetwegen das Können von Musikern bewerten? Natürlich, alle diese Leute haben natürlich Ahnung vom Business, sonst würden sie wahrscheinlich da nicht eingeladen werden, also ihr eigenes Business können sie relativ am Laufen halten, während der eine mit seinem Business ein bisschen kleiner ist und auch schon gescheitert ist, sind die anderen vielleicht ein bisschen größer und so, aber ihr Business können sie am Laufen halten. Aber kann so jemand wirklich andere Geschäftsbereiche wirklich bewerten, wirklich einschätzen? Wahrscheinlich nicht, nur weil man Ahnung vom BWL hat, also dem Geschäftsfeld an sich, dem Business betreiben, hilft einem das nichts, wenn man gar keine Ahnung vom Produkt hat. Anders ausgedrückt, da sitzen eigentlich fünf Leute, die nicht so wirklich richtig Ahnung haben, um wirklich verschiedenste Geschäftsbereiche bewerten zu können, dann kommt natürlich dazu, dass das Ganze eine Reality-Show ist, also es müssen Leute niedergemacht werden, manche müssen hochgejubelt werden, dann müssen Tränen fließen, es muss traurig sein und so. Und da wären natürlich Leute, also im Endeffekt, da machen hier Leute, andere Leute fertig, obwohl sie eigentlich gar keine Ahnung von der Materie haben, um die es sich da dreht, aber weil dann die Person vielleicht ein bisschen unsicher wirkt oder man der Meinung ist, das könnte jetzt doch nichts werden, macht man diese Person fertig und nieder, obwohl, nicht obwohl, sondern selbst, wenn so eine Person ein wesentlich größeres oder finanziell stärkeres Unternehmen schon leitet, als das jetzt eine der beteiligten Personen überhaupt tut. Anders gesagt, es handelt sich hier wirklich um primitivstes Trash-TV, wo man natürlich so eine Art Business-Ader vermarkten möchte, beziehungsweise man stellt halt die Löwen, diese Finanziers, als besonders erfolgreich und besonders toll und dies und das da. Ich bezweifle, dass sie überhaupt wirklich richtig in der Lage sind, hier wirklich jede einzelne Geschäftsidee zu bewerten und letztendlich darf man natürlich nicht vergessen, solche Finanziers sind natürlich in erster Linie daran interessiert, ihr reingestecktes Geld möglichst schnell wiederzubekommen. Das heißt, das, was eigentlich sozusagen die sogenannte Mittelschicht in Deutschland, also die mittleren Unternehmen oder die kleinen Unternehmen, die eigentlich sozusagen das stabile Fundament der Wirtschaft in diesem Lande ausmachen, können, beziehungsweise können die nicht unterstützen und wollen sie nicht unterstützen, weil das wären langfristige Investitionen, wo nur ganz langsam das Geld zurückkommen würde und nicht innerhalb von ein, zwei Jahren oder so oder von einem halben Jahr, wie auch immer, wie sie sich das vorstellen. Und wie man das schon da sieht, wie die sozusagen, was die da für Deals aushandeln, geht es wirklich darum, möglichst viel Gewinn daraus zu schlagen und es werden halt wirklich nur solche Sachen finanziert, wo ja selbst ein dummer Laie erkennen kann, damit lässt sich ohne viel Aufwand, ohne großes finanzielles Aufbringen, lässt sich da viel Geld verdienen. Anders gesagt sagen, der, der da Geld will, muss eigentlich schon alles gemacht haben, muss am besten schon die Auftragsbücher voll haben und es fehlt ihm wirklich jetzt bloß noch eine Finanzspritze, um das umzusetzen. Und da ist natürlich der Finanzier groß, weil er weiß, er kriegt sein Geld schnell wieder und bekommt sogar noch sozusagen ein Unternehmen teilweise geschenkt. Und das ist eigentlich eine völlige Katastrophe für die Wirtschaft an sich. Also solche Leute, auch wie diese sozusagen die Löwen da dargestellt werden, sind eigentlich die Zerstörer der Wirtschaft. Das heißt sozusagen, diese Leute destabilisieren die Wirtschaft und finanzieren halt auch nur Sachen, wo sie genau wissen, da können sie sich einen dicken Kuchen abschneiden, können mit relativ wenig Aufwand, wenig Arbeit, richtig viel Geld scheffeln. Also im Endeffekt Leute über den Tisch ziehen, sozusagen sich Ideen billig erkaufen. Und das ist hier letztendlich der Punkt, den ich an der Sendung gerne kritisieren möchte. Und zwar, dass das absolut destruktiv ist und sowas als erfolgreiche Wirtschaftsunternehmer hinzustellen und zu sagen, wenn man mit denen einen Deal eingeht, wäre das eine große Sache. Also ganz im Gegenteil, das ist eher gefährlich, sich solche Leute als, ja, Financiers zu suchen. Und das Problem ist eben, dass Financiers an sich, also selbst auch die ganz normalen Banken in Deutschland, sich immer mehr wie solche geldgierigen Businessleute verhalten. Also möglichst schnell das Geld zurück, risikofreie Unternehmen und das bringt im Endeffekt sozusagen die Wirtschaft zum Erliegen, beziehungsweise der Mittelstand wird dadurch immer kleiner. Es werden halt nur große Unternehmen gefördert, totsichere Sachen werden gefördert, aber wirkliche Innovation kann da nicht durch passieren. Also wirkliche Innovation kann wirklich nur durch eigene Kraft entstehen, weil Innovation ist immer was Neues, was noch nie da gewesen ist. Und dafür wirklich einen ehrlichen, nicht geldgeilen Financier zu finden, der wirklich an die Idee glaubt und hier wirklich sozusagen was Neues aufbauen will, schwierig. Also wie schon gesagt, diese Löwen, die da sitzen, das ist eigentlich wirklich der Abschaum der Financiers, um mit sowas sich einzulassen, problematisch. Wirklich sehr problematisch und wie sowas halt im deutschen Fernsehen da dargestellt wird, finde ich sehr problematisch und vor allen Dingen, wie halt auch wirklich bestimmte Unternehmer da niedergemacht werden und denen erzählt wird, ja, keine Ahnung, das ist alles Mist, was ihr da macht, das ist alles scheiße, obwohl halt die entsprechenden Löwen da selber gar keine Ahnung eigentlich von der Materie haben und bloß wirklich mit so schnell zusammengereimten Blödsinn einfach da Leute niedermachen, das finde ich wirklich sehr fragwürdig. Und das sozusagen als Verhalten eines erfolgreichen Unternehmers darzustellen, fragwürdig. Ich kann mir auch vorstellen, dass sozusagen die Leute, die da sitzen, durch ihr Verhalten in dieser Sendung, also die Löwen dort, eigentlich eher einen Imageschaden davontragen, durch ihr großkotziges und über-den-Tisch-zieh-Verhalten, Ausbeuter-Verhalten. Da kann man sich, also da, also wer da mitmacht und sich denn so verhält, also da kann man sich einiges verbauen und gerade als ein Unternehmen. Tja, also meine liebe Leute, meine viele werden mir nicht zuhören, leider wäre es schön, also mindestens 80 Millionen jetzt gerade zuhören und die müssen sich alle dazu entscheiden, von solchen Firmen, beziehungsweise gerade von dieser Kosmetik-Tante, nichts mehr zu kaufen, Ögerturs nicht mehr zu buchen, Jochen Schweitzer auch nicht zu nutzen, zu sagen, die strafen wir ab für ihr großkotziges über-den-Tisch-zieh- und-Ausbeuter-Verhalten. Denn sowas ist wirklich gesellschaftsschädlich und vor allen Dingen wirtschaftsschädlich, jedenfalls für eine ehrliche, sichere, stabile Wirtschaft. In diesem Sinne, immer Augen auf beim Fernsehgegaffe. In diesem Sinne, Tschüss.